Der ist oben bei mir im Haus. Hier oben drin ist er. Kamera. Wer ist da oben drin? Ja, der Typ, wo er dich gekillt hat. Der hat hier vorm Haus gehalten und ist hier reingehaut. Den habe ich doch gerade erschossen. Achso! Ja. Ups. Ja. Warum die immer die Häuser zerstören müssen? Ich finde das total doof. Ach die Scheiße, ach die Scheiße, ach die Scheiße! Halt hinter uns, kommt irgendwer. Sniper, Sniper kommt jetzt zu dem Haus, wo wir gerade waren. Land vorne rum wo das Auto steht, springt ganz runter. Oh, jetzt kommt so ein Pumpen an einem von ihm. Aber die wussten gar nie. Unten ist er, Mensch. Ich habe ihn doch schon getötet. Oder einen zumindest. Warte, halt! Ja, ich wohne. Gegenüber von uns in den Häusern zwei Stück. Man stirbt, wenn ein Häusern stirbt. Ja. Toll, wieso springe ich rein, ey? Wir kontrollieren jetzt ein, das Ziel Foxtrot. Fuck! Also im Rätzig. Aufstehen! Boah, der Tank von ganz... Oh, pass auf auf den Tank. Da ist nur ein zweiter. Oh ja, 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 ja. Oben im Haus. Gegenüber auf der Straßenseite. Unten ist er jetzt. Hinterm Haus. Fuck. Da ist er ja. Bravo wurde gerade neutralisiert. Ach, das war nicht so. Dann sind da zwei. Einen habe ich. Das war ein feindlicher Tank. Uuuuh. Ja, das war aber so. Ja, der Schoss ist nicht. Wir sind Einsatzziele an dem Leo. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's nicht verstanden. Hörst mich, der Schoss. Oh! Hörst mich, der Schoss. Ich hab's nicht verstanden. Hilfe. Warte mal, unser Flankenbumpen eigentlich hinter uns. Nicht hinter uns. Gegenüber auch. Fuck! Medic! Medic! Boah, eleckt mich doch... Oh, schade. Die weiße, wo ich spiele. Ist die erste Waffe beim Medic die AK? Guck auf die Karte. Nutz die Karte, nutz die Karte. Äh, noch einer down. Ich hab hier nen Tank. Oh, hinter die Wand. Hinter die Wand. Warte mal, ich hab ja... Ich hab was dabei. Wo ist der Tank? Ah, Tank kommt. Fuck, ich bin down. Und Heli kommt auch. Pass auf, der kommt nochmal. Ah, ja. Ah, ich wieder. Wo ist er? Weiß ich nicht. Den Tank kann ich nicht sagen. Warte. Oh, der Heli. Ich bin hinter die Wand. Warte. Jemand hat mir den... Irgendwas markiert. Scheiße. Oh, ich bin down. Die Strommel. T90. Ich weiß nicht was ich... Fuck. Pass auf von meinem Haus. Habe ihn? Sch... Okay. Ah, der Tank ist immer noch da. Hinter uns kommt es. Oho, oh ... Ja, über 3 fallen. Er ist ausgestiegen. Ah fuck. Er ist bei dem anderen Hausten. Gegenüber von der Straße, auf der Straße direkt auch noch. Ach, pente, brauchst du dich nicht. Entschuldigen, das war vor drei Tagen war es so, dass ich die Zuschauer gefragt habe, was ich machen soll. Von daher, alles gut. Vor dir ist irgendwo einer. Rechts. Rechts am Haus, hinten. Ja, ich bin vor mir. Krieg ich sogar auch noch einer. Hab einen, hab einen, bin down. Er steht da und revivet den auch, ne? Ja, ich guck schon. Links. Da ist er. Mein Gott, ich krieg hier auf die Fresse, du. Immer dann, wenn du wegkommst, kommt genau einer um die Ecke da. Hab einen. Down. Hinten vom Feld. Ne, rechts am Stein bei uns. In der Verlängerung, beim Eingang. Da ist einer gespawnd bei ihm. Zwei kommen da jetzt. Die sind beide in der Ruine drin. Der Ecke. Warte, die Ecke kommt gleich, okay? Ich change das gleich, wenn ich meine Hilfe brauche. Irgendwo ist da hier einer. Hier, drinnen. Oh, Trommelfeuer. Der ist noch einer hinten am Berg vorbeigelaufen. Bei dem anderen Haus gegenüber. Fuck. Granate. Da ist noch einer. Oh, der ist mir ein bisschen hinten. Down. Oh, ich bin tot. Na, ich sag ihm auch, vom Feld kommt einer. Scheiße. So. Die Spupé? 10 Euro cash im Laden. Aber das Premium ist halt teurer im Laden. Das kriegst du nur im Internet. Ja. Oh, Alter. Zwei unten und dann müssen wir nicht markieren. Ich bin tot. Da sind, da sind fünf. Spawn bei mir. Fünf insgesamt. Aber warte, ich kann nicht fritzen. Oh, okay. Na ja. Da. Und wieder down. Warum? Alter, unten rennen gerade insgesamt sechs Typen. Mehr rechts, wo du guckst. Sind schon durch. Das ganze Haus, wo der noch ist, da. Zwei Hits hat er WP. Geh mal runter. PUNKILO. Oh. Hier fängt einer im Eck. Jawoll. Da kommt einer hinter dir, hinter der Mauer. Bist du dich überhaupt gut? Ich bin gar nicht, du. Ich dachte, du bist mir so gut. Hä? Klar bin ich da eben gewesen. Was? Noch einer kommt rein. Ich brauche mal ein Medic, bitte. Ja. Kommt noch einer rein. Wir haben Einsatzstil. Charlie soll da innen. Das ist das Einsatzstil, das ich verteidigen soll. Aua. Einstatt. Oh, oh, oh. Was hat denn? Die. Über uns schwert eine Heli. Da ist eine aufgeschickt. Eine kommt rein. Eine kommt rein. Gut, wir haben jetzt den Balkon. Oh, ich habe ihn noch gewollt. Ich bin zieht. Wie das abgeht, ey. Ich kann noch einer rein. Laser, wie du abgehst. Mach dein Tag Light aus. Hinter uns ist oben. Ach, hinter uns ist ein Tank. Hinter uns ist ein Tank. Oh. Wasser, vorne, vorne. Unten. Und in den Ofen. Da sind zwei Leute. Ja, beide. Beide. Vier. Oh, einen habe ich noch mal mitgenommen. Ich habe alle von draus reingegeiert. Ich glaube, die sind ganz schön auf den Sack gegangen. Oh, Alter. Ich spawn bei dem Tank da oben. So wie wir alle. Halt. Auf der Straße. Da. Ja. Was zum B. Hinter uns. Hast du den hinter dem Stein? Ja. Ja, und dann gerade der Ausmacht. Oh, im Haus. Im Haus. Da ist ein Laser-Tacker. Hab ich ihn auch. Noch einer oben in der Rüben hier drin, wo wir waren. Bis jetzt unten. Da, wo du lang rennst, hier. Da. Da hängt man raus. Er ist tot. Du, Pien. Du. Tank. Und ein Spieler. Ich renne dem Spieler hinterher. Scheiße, er hat mich zuerst. Ich komm mal hin. Ursula. Klar, gerade zu. Klar. Alles. Was habe ich? Einen langen Spray? Vergiss es. Der ist so kurz. Nackig. Rechte Straßenseite von uns. Was? Rechte Straßenseite von uns. Rechte Straßenseite von uns. Wir verkehren. Was? Die. Ruine einer. Danken einer. Den zwei. Den zwei haben wir. Oben auf der Ruine sitzt und schießt. Oh, RPG-Heilen von da hinten. Hau doch mal ab hier. Oh, boah. Irgendjahr so schrug. Ich kann da nicht drücken, ey. Aber ich schreiß Bauchwurte hier. Jo, er trifft. Da. Wieder einer in Ruine. Boah, Alter, auf die Entfernung. Navigiert. Pass auf, wenn ihr links an den Häusern verlangt, da waren eben umgels viele. Ja. Was? Fuck. Ich hab keinen, was weiß ich, was ich für einen Killrekorder habe, aber keine Ahnung. So, auf die Art und Weise spiel ich das nicht. Oh. Oh. Wir haben nichts mehr, doch hier. Ey. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. What? Ha. What? Was ist das denn einfach hier? Ja. Oh, Alter, ey. Weil ich mir Loot angucken, weißt du? Ich wollte gerade vor uns spawnen. Kannste doch. Hey, he's spawned. Ist doch irgendwo ein Tank in der Nähe. Hinter uns, vor uns da. Ja, ich hab dafür keine... Komm doch weg da, weg da. Ich bin mit dem Heli unterwegs. Ich bin mit dem Heli unterwegs. Ich bin mit dem Heli unterwegs. Ich hab den feindlichen Krieger östlich von dir gesignet. bie- Joe, Pettet. Boostereien. Hey, danke. Das ist deiner Position-Schein-Pfandlicher Scharfschimt messen zeiten. hinter euch Alter, ihr seht ja gar nichts, ne? Nee, Panzer wieder Oh, wo ist der denn? Hier ist ein Tank Oh, ich rennt einer lang, links Hilfe! Wat? Ja, links von euch, ich weiß zwar nicht, warum ihr den nicht seht, aber... Ich hab da schon ne Ruine, die da die Beine haben, ich schon weg Den hat er In der Ruine? Da waren zwei verteilen Da sitzt doch einer, sag ich ja Zwei Oh, ist der tot dagegen, ich mag nicht sehen Jetzt ist er down Oh, Granate! Scheiße! Die hat er noch hingepäppert Da Markiert Da hinten, ne? Aber kein Visier Links von uns ist auch einer Links an den Felsen sitzt der Jetzt fährt er weg Er hat den anderen auch noch Wieso holt der den noch? 28% Oh ja, ich hab's mir geahnt 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 Zum Glück, ich bin ausgestiegen Geradeaus im Haus Geradeaus im Haus Geradeaus im Haus sitzen drei Stücken drin in der Ruine Oder am Steine Oder am Steine Einen hab ich Ist doch irgendwo ein Bewegungsmelder Ich hab's mir geahnt Ich hab's mir geahnt Ich hab's mir geahnt Ich hab's mir geahnt Oho, Alter, Action Ich hab's mir geahnt Und dann Ich hab's mir geahnt Bis zum nächsten Mal.